So, next one. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Koboiden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Brackbore mit seinen Büchern! Brackbore? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Ja. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Brackbore besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Brackbore für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große, magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit fünf Namen aus den Büchern zusammenhängen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannack und Ruckwood. Schloss Ruckwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha! Nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Amed. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldo Gak? Oh, Bagalleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldo Gak sein sollte. Ich, äh... Nun, tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldo Gak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gok. Ich kann es besser sprechen, als ich es lesen kann. Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Das war ja so klar. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberer-Magie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Na dann. Let's go, huh? Ei, 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 was ist denn? Ich hab jetzt gerade irgendwas im Auge. Dann wollen wir mal. Oh je, da bin ich mal gespannt. Dieser Tür beobachtet uns. Ja, das hab ich mir gedacht. Näh, 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 näh. Das Auge der Mine. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Kobold-Mine. So groß, hätte ich sie mir nie erträumt. Ah, jetzt jammern wir mal nicht rum. Amit. Reveilio. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Bei einem Umgang habe ich nur ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Ich fasse es nicht. Ich bin Kobold-Mine. Ja, ist mir schon klar, dass du hier geil drauf bist. Junger Mann. Aber wir haben einen Auftrag. Ah, okay. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist das ganz anderes. Jupps. Jupps. Bleib ganz ruhig, Amit. Ich bring dich hier heil wieder raus. Kutia! Katio! едabout! Katio! lobbygerät! Sekindere! Ich bring dich hier! Hh! Ja! Wof! Wof! München! Wof! igrade live in... Wof! das war etwas mehr als ich gewohnt bin ich habe uns hier sicher durch amit du hast mein wort warum hat er ständig schiff wir heute noch ein paar wir werden beobachtet ja ich weiß an einer tür wer sich das erste mal aber wir kommen nicht weiter solange dieses auge und sehen ich habe keine ahnung was das ist was mich raten das kann ich jetzt ziehen warte mal warte mal kann ich jetzt nach da oben ja ok haa schätzchen die tür muss doch offen sein oder ja dann kann ich den scheiß auch lassen kommen wir noch ein bisschen schneller voran hier ich fühle mich wie eine figur aus dem abenteuerroman die ich in den sommerferien lese sehen wir uns um amit vielleicht finden wir irgendwelche pläne ein bauplan sagt mir wenn du weitere pläne oder zeichnungen zum lotcock mit leeren händen mit leeren händen mit leeren händen er kann mit seinem kack mal die hände voll machen tschuldigung aber der musste jetzt sein ich konnte diesen spruch nicht das sagst du mein lieber mal ne mannen mannen kohle 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 das sind drei die frage ist jetzt eher kann ich das irgendwie anders da machen ich bin ja die nächstbeste treppe hochgegangen von da kamen wir das bedeutet wir können theoretisch auch hier lang gehen oder kam ich von hier ich weiß es tatsächlich nicht das ist gut kohle ansios die 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 la die faszinierend in kobold handschrift zu sehen diese schnörkel außergewöhnlich ich werde schon noch herausfinden was hier unten bauen na dann macht das mal bestimmt nichts gutes von ihren städten mit den flugmaschinen kommt nichts gutes sagte einst einem rekanischer redneck vor ganz vielen jahren ich krieg schon wieder hunger what the fuck also ich liebe es zwar wenn ich halt frei habe wirklich eier und bacon morgens zum frühstück zu essen aber es macht halt echt wenn ich das korrekt übersetze und ich denke das tue ich bauen sie an etwas ziemlich großen es muss hier noch mehr notizen geben was könnten die bauern das war das war auch Sollte Ja. So, erst mal. Das kriegen wir doch alles hin, meine Güte. Warum hat der eigentlich echt so viel Schiss? Junge, Junge. Ich traue dieser Tür nicht. Ausrüstungspläne. Ja, das ist echt übel. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Das mag ich hier nicht. Er hat den Hebel aktiviert. Siehst du? Ja. Ist mir schon klar. Ich traue dieser Tür nicht. Erstmal einen Mondstein mitnehmen und dann... Ja, ich weiß jetzt nicht ganz, wie lange wir jetzt aufnehmen, ob ich das in zwei splitte oder nicht. Ja, es passt eigentlich noch. Das war's für die Tabletten. Ja, ich weiß nicht. Ja, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, das wird dann zu lang. Macht's gut, Leute.